Hallo und herzlich Willkommen! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Was machen wir heute? Heute machen wir einen Jodler aus der Steiermark. Und zwar heißt er dem Mountner Vater seiner. Ich habe den Jodler von Johanna Bolton kennengelernt. Der Mountner Vater seiner ist ein dreistimmiger Jodler im Dreivierteltakt. Leider wird gleich ein Dreivierteltakt geführt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und diesen Ton übernimmt die hohe Stimme, also ihren Einsatzton. Untertitelung des ZDF, 2020 Und als letztes kommt die tiefe Stimme rein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's schon wieder. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Jodler hier wiedersehen. Tschüss!